Es gibt einfach Dragon Ball Z in Fortnite und mein Sohn und ich holen uns jetzt als Hongkoko und Vegeta den ersten epischen Sieg. Und ihr seht auch hier unten in der Ecke, dort seht ihr auch Jason's Gameplay. Ich hab da eine kleine Kamera hingestellt. So Leute, wir haben wieder unsere Kamehamehas und wir sind bereit. Und das werdet ihr gleich in dem Video sehen. Guckt euch das an, wie wir den ein oder anderen Kamehameha-Kill sogar aus der Luft rausholen. Das wird so geil. Und womit starten wir jetzt? Mit du. Mit du und holen uns direkt den epischen Sieg. Mit dem Kamehameha auch einen Win holen können. Hey, Jason, wo bist du? Wir funktionieren uns. Mach hier. Ja, komm her. Und jetzt funktionieren uns Jason und ich und komm her, in echt auch. Und... Was cool ist, wenn man jetzt hier den hier macht, verwandelt man sich. Mal sehen, wie das aussieht, wenn er den Loser Dance macht. Hehehe, Vegeta macht den Loser Dance. Ey, irgendwie passt das. Und wenn man sehen, wie er Zahnseide macht. Oh yeah. Na ja, das haben die so geil gemacht. Die besten Lizenzen ever. Na Papa, da landet niemand. Das wollen wir erst mal sehen. Geil, mehr tun's. Doch, doch, da kommen wir jetzt. Ja, ich höre hier ein paar auch. Oh, einige Jason. Oh, ganz viele. Na Papa, da landet niemand. Oh, Jason, Jason, da haben wir viele Gegner. Eins, zwei, drei, schon mal. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, oh, Jason, das wird zur Action. Wir müssen zusammenbleiben, zusammenbleiben, Jason. Also sechs... Oh nein, komm, wir gehen hier rüber. Zu rot, komm her zu rot. Ich hab schon wieder diese Scheißwaffe, die auflegt, Jason. Das kann doch nicht sein. Heiliger Bim-Bom, ey. Oh, Jason. Komm jetzt schnell hoch, komm jetzt schnell hoch. Ach, nee. Der hat den MPC angegriffen. Hahaha. Der hat mich hoch. Der hat den MPC angegriffen. Digga. Wer? Habt ihr noch ne Waffe für mich, Nene? Nein, ich hab nur so eine. Komm. Danke. Nee, nur das Medikip. Der braucht sie, drei Jahre dafür. Dieser Move. Ich mach weiter. Ich hill ihn. Ich hill dich. Ich glaub, er kommt hoch. Er kommt rein. Komm jetzt, komm jetzt. Wollen wir abhauen? Ja. Fass, Vicky. Den nehm ich noch schnell. Ja. Fass. Hau ihn. What the hell? Wieso? Da wird mich angegriffen, Papa. Das weiß ich nicht. Komm mit hier runter. Komm mit hier runter, Jason. Das ist hier ne Action, Leute. Das ist hier ne Action. Gleich direkt zum Start. Was? Hey, Digga, ich hab dir nicht mal angehauen. Ich weiß auch nicht, was das war. Ich hebe dich hoch. Leute, was war hier direkt los am Anfang? Ich brauche auf jeden Fall erst mal ne Waffe. Das ist die schlimmste Waffe im Spiel, seitdem es Fortnite gab. So. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Warte. Hey, ich hab sogar mehr HP als du. Egal, wir haben ein bisschen HP. Ich glaub, wir sind alleine, Jason. Ich bin der Teleportierer. Was sagst du? Papa, ich hol die Fähigkeiten hier. Ja, hol mal alle. Ja, komm mit. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Jetzt holen wir uns erst mal das Kameam her und so. Tag, eins, zwei. So, ich schmeiß dir da hin, komm. Und jetzt können wir weiter looten. Wer hat das Auto explodieren lassen? Ich. So, Leute, jetzt. Wir suchen uns jetzt erst mal einen Gegner. Papa, hier ist er bei mir. Wem ist dieser Schlagg? Wie, mit Kameam her töten? Papa, komm her. Ich mach Kameam her. So macht man das. So macht man das. Teamwork nennt man das, oder? Ja. Wollen wir hier zum Lootjob gehen? Vielleicht finden wir da ja auch ein paar Gegner. Uh, uh, uh. Ja, das mit der Wolke ist einfach so nice. Lootjob ist auf dem Baum. Worauf wartest du? Bis die Fähigkeit fertig ist. Weil, dann ziehen die Gegner auf. Ach, du willst nach oben fliegen? Ja. Uh, uh. Papa, ich mach das weg, zack. Oh. Hä? Warum bin ich das weg? Hier, was ist das denn für eine Waffe? Oh, nein. Aber da sind diese Hässlinge. Weg mit der. Das ist die schlimmste Waffe. Die normale MP ist einfach geisteskrank. Kann man von der Wolke aus Kameam her machen? Ja, wenn man sie weg macht, dann. Hier oben fliegt einer. Papa, ich komm. Oh, shit. Oh, Digga, der hat mich mit Kameam her getroffen. Jason, du musst mir helfen. Papa, ich mach. Guck hier. Nee, mach. Ja, mach. Ich, ich hab ihn nicht getroffen damit. Er ist im Wasser. Er ist im Wasser. Oh, shit. Digga, der ist im Dreck, Mann. Nein. Beste, beste Robustspieler. Töte ihn. Machst du keine MP oder so? Nein. Oh, nee. Oh, nee. Nee, der andere kommt. Nein. Wir sind gerade gestorben, aber Jason hat dem doch gut gegeben, oder? Habt ihr gerade gesehen? Wir starten jetzt die zweite Runde und mal gucken, ob wir jetzt den epischen Seko. Komm, komm auf den Turm. Mit Genki, Dama, Kameam her und alles, was dazugehört. Komm, komm auf den Turm. Wir sind hier ersten auf den Turm. Wir landen wieder hier. Papa, ich bin da rein. Ach so, beim großen Turm? Okay, ich komm auch. Ich hab schon einen Shotgun. Ich hab nur Shotguns. Kann ich einen Shotgun von dir? Ich hab nur die Kettengegeln. Ja, komm runter. Habt ihr hingelegt? Wir sind auf jeden Fall Gegner irgendwo bei uns. Papa, komm, ich geb die Mini. Komm, ich geb die Mini, Papa. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ich komm, aber. Sehr gut, Jason. Ich hab den Shotgun getroffen. Sehr gut, Jason. Ja, auf den Gegner. Der Gegner geht. Der Gegner ist da oben. Der ist schon low, der ist fast tot. Papa, ich kann das Gebäude kaputt. Ich kann das schnell kaputt machen mit der Kettengegeln. Mach. Okay. Ja, ja, getroffen und. Guck hier. Ist kaputt. Der ist noch nicht mehr. Der ist abgehauen, der Limmel. Papa, er ist bei mir. Komm, erst mal, komm, Papa. Ich komme. Ich hab ihn. Sehr gut, Jason. Du bist eine Maschine. Das fängt doch schon gut an, die Runde, wenigstens. Die fängt gut an, oder? Ja. Wollen wir bei den anderen Automaten holen? Wo ist der? Komm, zeig dir. Schüssel? Mann, ich hab keinen Bock auf euch. Haut ab. Stopp. So, komm. Stopp ihn. Der ist denn, du Maschine? Oh, nee, nicht gegen meine Pumpe. Wolke? Habe ich. Kamehameha? Habe ich. Oh, danke, das. Das wird füllen. So. So, Leute. Wir haben wieder unsere Kamehameha. Und wir sind bereit. Habt ihr das gerade gesehen? Wer ist das gemacht, dass ich nicht mehr aufhören konnte? Komm her, ich mach's ein Kamehameha. Kamehameha. Ich bin gekocht. Oh, fast gut. Ich bin fast gut. Papa, sie kommen zu dir. Ich muss weg. Nein, ich hänge hier fest. Mach Kamehameha. Mach Kamehameha. Kamehameha. Ha. Wie sagt man, alle guten Sachen sind drei? Oder so? Deswegen starten wir jetzt in die dritte Runde. Erste Runde verkackt, zweite Runde verkackt, dritte Runde. Jetzt geht's los. Und vor allem in dieser Runde sehen wir auch ganz viele Kamehamehame. Natürlich landen wir wieder in Rocky Reels. Komm her, zu Brot. Ich hab nicht geguckt, ob hier Gegner sind, Jason. Okay, hier sind fast keine. Irgendwo landet hier einer? Papa, ich hab keine Waffe. Papa. Ey. Ich hab einen nie mehr gestreckt mit dem Müller. Papa, hilf mir, mein Idiot. Komm her, zu mir. Ja, Papa. Oh. Bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Ab ihn. Papa. Ich brauch ein Brotfeld, kannst du mir eine Pant geben? Hier sind doch ganz viele, komm her. Ey, habt ihr das gesehen? Ich hab den mit dem Schrott vom Himmel geholt. Mit welchem, Papa? Du kennst auch dieses Schrottding, was man hinschmeißen kann, wo dann der Schrott vom Himmel fällt. Ah ja. Damit hab ich einen getötet. Ja, das... Leute, ich hab's im Gefühl, das wird die... das wird die gute Runde. Komm, wir gehen in die Zone. Und dann gibt's mir gleich erstmal ein KmRMH für irgendjemanden. Papa, was passiert, wenn ein Lootjob auf mich geht? Hab ein Lootjob... Bitte, du hast meinen Sohn zerdrücken. Papa. Er hängt auf deinen Kopf. Warte. Hier, mach auf. Geht nicht. Jetzt geht's nicht mehr. Oh, doch. Jetzt. Nein. Boah. Beide aus der Luft gleichzeitig. Das wird ehrenlos. Oder, Papa? Aim on point. Der holt den jetzt wieder beim Bus. Guck mal, jetzt kommt das fette. Kame, Kame, Kame. Was? Ich hab ihn nicht getroffen. Es abgauen. Ich hab ihn. Ich sag dir, wie's ist, ne? Kame, Kame aus der Luft. Ist anders heftig. Aber wo verstecken sich die Gegner? Da spielt, glaub ich, jemand mit dem Ball. Ja, ja, ja. Bälle sind hier nicht erlaubt. Kame, Kame. Ja, der passt dort. Ich geh weg. Papa, ich geh buschen. Ich geh buschen. Er ist weg. Nee, da ist ein Son Goku. Son Goku. Wir sind doch Freunde. Papa, ich hab Son Goku. Ich hab Son Goku. Son Goku, wir sind doch eigentlich Freunde, oder nicht? Und Vegeta hab ich auch. Ich hab Son Goku und Vegeta. Papa, ich und Son Goku sind doch eigentlich Freunde, oder nicht? Ja, hab ich auch gedacht. Worum tötet der Mische? Aber jetzt... Er ist da. Kamehame! Ich rette dich! Ich bin Kamehame! Du hast mich selbst wieder mitgetötet. Nee, da war ein Gegner. Bei dir. Und dann hab ich von oben Kamehame! Ey, das ist... Habt ihr das gesehen, Digga? Das ist so geil! Ich geh zum Lagerfeuer. Hier vorne fliegt doch irgendwo einer. Über uns direkt. Über uns fliegt einer. Ich baue mich beim Feuer. Er kriegt vielleicht ein Kamehame, wenn ich wo fliege. Sonst auf Leute, jetzt wieder Kamehame auf Ansage. Ja, vorne! Geht's los! Kamehame! Oh, ich hab ihn! Papa, niemand bleibt nicht ganz Zeit! Er ist tot. Er war schon. Papa, kann ich mich kurz voll machen? Ich komme. Papa, da kommen sie nicht. Du hast ihn seine Ehre genommen, Papa. Das stimmt. Komm, Papa, es liegt nur um dir. Ich bin jetzt gleich tot. Papa, ich wollte zum Lagerfeuer und dann... Papa, mach das Lagerfeuer dann gleich an, ja? Wir können gleich in die Zone mit unserem Ding, ne? Wir machen, bis das Feuer ausübt. Ey, Leute, dieses Kamehameha aus der Luft, egal. Wie krass ist das? Oh ja, geil! Und komm in die Zone. Und los! Ich bin gleich tot. Papa, das bringt mir nichts. Ich bin jetzt gleich tot. Wir müssen hier weg. Ich komme zu dir. Ich poch. Wir müssen weg. Komm, wir hören ab. Komm, wir hören ab. Komm mit. Am Zonenrand lang. Komm mit. Weg hier. Wir haben noch ein. Papa, kann ich gucken, ob der Leben hatte für mich? Nein. Ja, Medikit. Fünf HP. Papa. Oh. Papa, bitte töte ihn. Ich habe fünf HP. Ich muss das Medikit nehmen. Ich habe ihn. Oh, geil. Komm, brauchst du Metall hier. Ich brauche auch Medikit oder so. Ich habe fünf HP und ich habe nicht mein Blutschild. Liegt da noch Medikit oder so? Nein. Ey, Leute, das mit dem Kamehameha ist ja so OP. Aber ich habe keinen Kamehameha mehr. Papa. Die Mann. Sehr gut. Er hat auch Medikit. Gib mir das Medikit. Ja, okay, du hast die. Dann nehme ich die Bandasen. Ich verstecke mich hier. Nee, das waren drei. Das waren drei. Acht zurückleben noch. Ach, Glück. Ich habe keinen Kamehameha mehr. Papa. Papa. Aber ich habe mich gleich. Auf mich wird aufgeschossen. Papa, bitte. Ich habe nur ein HP. Komm, ich komme, ich komme. Papa, doch, komm. Bitte. Bitte, Papa. Ich habe 19 auf mich. Oh, du bist nicht der. Komm. Papa, nimm den Biggi schnell. Nimm den Biggi. Ich muss weg. Der eine ist tot. Jason, komm mit zu mir. Komm mit zu mir. Ich habe drei HP. Komm zu mir. Nein. Komm zu mir, Jason. Mach die Wolke weg. Geht nicht. Ach so, ja, jetzt. Hier bin ich schnell hoch. Ich mache sogar eine Wand hier. Mach einfach schnell. Das wird so knapp, Leute. Leute, chat, das wird so knapp. Da kommt der. Aber nicht den Biggi schnell. Der eine kommt, der eine kommt, der eine kommt. Ich habe ihn nochmal gehittet. Ich gehe kurz ins Haus. Ja, hier, hier, die vollen. Ich gehe auch ins. Oh, Leute, was ein Stress, was ein Stress. Ich habe mehr, ich habe mehr, ich habe mehr, ich geht. Stimmt. Ach so. Im Stück. Komm, stehe. Ich bin vorne fliegen, komm. Ja, nach links aber, nach links lang. Nicht zum Gegner. Ja, okay. Komm, wollen wir Busch? Busch? Busch, Papa? Oh, nee. Hier ist noch einer. Da drinnen sind wir. Hast du KMH? Mach das da rein. Mach das denn ins Haus rein, wo ich gemarkiert habe. Mach das rein. Oh. Ich kann dich nicht holen, Jason, dann sterben wir. Nö, nö, nö. Oh, hier. Ich freue mich nicht. Ist egal. Sei mir nicht sauer, ja? Gebt dir das an. Leg das Kami an, genau. Hier, nö. Ich freue mich auch wieder schnell. Oh, ich habe eh ein Zelt, aber ich kann mich dann heilen, ja? Jemand, komm, Bau, Bau, töte sie. Sei ruhig, sei ruhig. Hab dich. Hab dich. Mach das Zelt. Komm, mein Zelt rein, dann holst du die. Ah, du musst dir eins kaufen. Shit. Haben wir rein, haben wir rein? Bin voll. Ich will ihm noch drei Stück, Jason. Papa, soll ich die Wolke in mein Zelt machen? Nee, oder weiß ich nicht. Ja, ich habe es gemacht. Ich habe ihn im Kampf unten auch. Die Zone ist bei uns. Hab einen. Wir müssen in die Zone. Oben im Gewicht habe ich einen. Da oben fliegt eine Wolke. Die sind alle sehr laut, Jason. Ein paar Schüsse, die sind tot. Papa, jemand ist über uns. Hä, Papa, der ist dabei. Was ist hier los? Der macht zu uns. Aber, ich weiß nicht. Wollen wir Lutjob schön holen? Und einen bauen? Da war der gar nicht. Der ist weg. Kann ich. Nein. Verdammt, Leute. Ah, dritter Platz. Aber, Leute. Wir müssen jetzt mal ganz klar sagen. Jason. Hm? Was war das für eine geile Runde, oder? Hat es Spaß gemacht? Ja. Hat es Spaß gemacht? Was wollen wir? Schreibt, Leute. Lasst ein Abo und ein Like da. Genau, Leute. Lasst ein Abo und ein Like da. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal auch einen epischen Sieg zu holen. Habt ihr die ganzen KMH-MHs gesehen? Das war einfach ultra krass. Ey, schreibt mal in die Kommentare, was Jason und ich für eine Challenge als nächstes machen sollen. Irgendwie, was weiß ich. Nur KMH benutzen? Oder nur Wolken? Oder keine Waffen? Nur Grüne? Was auch immer. Checkt das mal gerne ab. Random Skin Challenge. Vielleicht machen wir mal einen Skin Contest oder sowas. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Zum Abschied sagen wir leise Scheiße.